Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rune Moonlighter und heute eröffnen wir den Shop und wir sind ja berühmter geworden ist mir aufgefallen, weil im letzten Part haben wir ja einen Boss erledigt wer den nicht gesehen hat, der kann sich gerne nochmal angucken der ging ziemlich lange der Part, aber hey, die gehen alle ziemlich lange weil das Spiel einfach mega geil ist und die Zeit vergisst man hier so hart und ähm ja, da haben wir, äh, hieß es ja, dass jetzt jeder Moonlighter hier kennt also diesen Shop hier quasi und äh, ja warum steht da oben 3000 ich hab keine Ahnung, das Ding ist, weiß ich nicht wer, das Ding ist ähm, wir gucken das mal für 500 rein ob das dann okay ist so dann hatten wir den ersten Teil hier der war ein Schnäppchen für 1000, ne dann gehen wir nochmal auf 3000 einfach mal hoch und, ja wir machen jetzt nämlich richtig money, Alter wir haben so viel gesammelt, wir haben sogar 2000 in der Sinne geopfert äh, 2000 Gold rausgehauen im letzten Part, dass wir wieder zurück porten konnten und das hat sich auf jeden Fall gelohnt okay, das ist in Ordnung für den Preis das ist nice was ist mit der Geschichte da, ist ja auch in Ordnung jawoll wunderbar, das heißt wir holen die Geschichte ja auch raus äh, was war denn das für ein Ding, das ist 1000, war das ein Schnäppchen das wissen wir nicht das wissen wir auch nicht, das auch nicht äh das war 500, okay okay dann kommt das da auf jeden Fall hin das wissen wir nicht, ne machen wir da erstmal so ein erstmal für 1000 weil selbst wenn 1000 immer noch viel zu günstig oder so ist aber trotzdem machen wir da mit ordentlichem money dann erstmal so das war ein Schnapper? was? warum war das da jetzt mal ein Schnäppchen? wir haben das doch für 500 reingestellt, oder? ne für 1000, hm achso, oder vorher war das auch ein Schnäppchen, ne weißt du was denn hier, 5000 Bitches für Spaß mit den Geschichten, alter 5000 rein damit, alter ja, wir haben natürlich jetzt ein bisschen das blöde, dass wir Testsachen nur draußen liegen haben, ne oh, das sieht gut aus ein Schnäppchen war das das will ich aber nicht sehen oh, ich dachte schon, alter, bitte sagen wir nicht auch noch ein Schnäppchen gut, dann gehen wir hier mal runter auf 3000 damit das auch um die 3000 nur sein, denke ich mal oder vielleicht ist so höher die Geschichte, dass wir selten haben ok das heißt, wir wissen jetzt wie toll das ist ne das hier das war für 1000 Schnäppchen dann kommt das nächste hier für 2000 rein das wissen wir auch nicht aber das war das vom Boss, oder? ne das war nicht das vom Boss das wird auch einfach mal für 2000 reingepackt zack so, der nächste bitte ich hab da noch ganz viel stehen die Geschichten wer will die Geschichten da ist ne ganze Kollektion oh, das sieht gut aus ok, ist in Ordnung das kauft sie, auch wenns zu teuer ist das ist aber gut zu wissen äh äh das hier packen wir rüber machen wir auch 3000 äh, 3000 drauf so, was haben wir hier? da wissen wir das nicht dann packen wir den einfach mal für 2000, oder? weil 3000 waren wieder zu teuer dann nehmen wir die goldene Mitte dafür die Dinger waren 500 war auch ok ja gut, aber wir müssen ja erstmal kurz warten na los, wo bleiben die Leute? ich bin noch prümmter jetzt kommt rein, kommt rein wer hat noch nicht, wer will noch mal wer hat noch nicht wer will noch mal ja, einen wunderschönen guten ja, das sehe ich doch gerne dass es ihm gefällt das sehe ich doch gerne das ist kein Schnäppchen, oder? ne ist zu teuer, ok aber wir sind trotzdem ist ok das meinte Dinger werde ich eh nicht so viel haben deswegen ist mir das eigentlich vollkommen rain äh, das war für 2000 ein bisschen too much dann gehen wir doch einfach mal auf 1000 äh, 600 so schön und gerade zahlen hier was geht äh, das da auch rein jawoll kauf die ganze sheet und nein es ist schon wieder ziemlich spät, ne ne ahja, nimmt es aber trotzdem, ne äh weg 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 kommt er kommt er wir werden noch nie nochmal ah shit ja, wir müssen halt nochmal einen Tag dann machen so meine Fresse, wir haben 32.000 und guck mal golem geschichte 4,4 alter golem geschichte die ging für 3000 weg alter das war so bitter alter alter das hat ziemlich nice ja, da würde ich sagen, als allererstes hier äh, great wir machen einen shop ab für 8.000, ne was soll der geil hau raus den shit first investment erhungenschaft bekommen sehr schön ein größerer shop mehr schwarz weil mehr platz und alles so, was haben wir denn jetzt noch hier statt was haben wir denn noch hier was bist du denn wenn die straßenhändler haben die ganze okay 20.000 ah aber, ja mich fällt ein wofür das sprechen na ne das sei nicht nur eine ordentliche arbeit hm was man kann keinen unterlieb na, na ja hm 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 das war erstmal doch das war erstmal doch das war erstmal doch und tada nice größerer laden wir haben sogar sogar so eine ladenklappe, man wie cool ist das denn und hier zwei kisten ach wie schön das ist, ne mehr platz man hier haben wir auch viel platz, ne aber ah ist das schön platz ohne ende, alter platz ohne ende so die wissen wir wie teuer die sind, oder? das war ja äh ganz gut, ne genau die wissen wir auch oh äh das kann rüber, das wissen wir alles, das auch ja was bist du? spenden das ist ja dings kunde jeder besucher legt seine zahlung eine großzügige trinkgeld bei okay not bad kurz hier unten shop gesamt kann ich mir die dinge angucken was was macht ah ok, das ding da oben macht das hier hoch, das ist trinkgeld geschwindigkeit, was auch mal das bringt und ich würde mir unten diese perks gerne angucken aber darf ich scheinbar nicht oder schon wieder mein ding nicht ah doch habe ich okay da müssen wir gucken wie teuer das ist äh und das haben wir eh easygoing nochmal zu verkaufen ähm es hat jetzt die frage, weil wir haben ja echt nicht mehr so viel ob vielleicht nochmal kurz in den dungeon gehen und das zeug dann äh später kaufen, dass wir uns auch noch mehr holen oder wie wir das machen ich glaube wir gehen nochmal eben in den dungeon äh guck mal kurz noch einen bogen upgrade das wäre glaube ich ziemlich geil äh so oh nein, ich habe schon nur diesen bug, ne? wie kriege ich den denn hin? ich probiere mal einfach zu schlafen weil deswegen kann ich mir wahrscheinlich die perks auch nicht angucken wahrscheinlich kann man sich das angucken aber hier habe ich das ganz normal noch in der kiste auch das ist super weird egal, wir schlafen eine runde und dann gehen wir einfach in den dungeon fertig fertig aus aber vorher will ich noch eben die sachen upgraden weil ich würde es halt gerne haben einfach ich will es halt einfach gerne haben ich kann es nicht so ne, will ich nicht so ne, will ich nicht ich starte spiel auf einmal neu ich lasse hier einfach bei weil das wird nicht das dauert nicht so lange eine kondition läuft ist fertig, dann starten wir das spiel aber eben gerade neu das halt echt ätzend das stört halt echt so ein bisschen das spiel flow ich habe es jetzt noch bei keinen anderen gesehen dass das so buggy war also wo ich da zugeguckt hatte und so ein bisschen blöd ja 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 habe ich ja 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 vielleicht darf ich nicht in katz teams oder sowas so viel mit dem controller spielen und dann irgendwie schon laufen und sowas obwohl ich noch gar nicht dürfte und so kack das kann sein laden 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 ja wir haben den laden wir haben den auch schon geöffnet und da gab es geilen stuff drin da gibt es immer noch oh läuft boah bitte sag mir nicht das praktisch schon wieder dadurch warum ist die klappe hochgegangen haha ich mache alles kaputt hi ok jetzt kann ich wieder die sachen benutzen wir machen doch mal einen besseren bogen einer der nächste sieht cool aus weil der ist grün da kennen die ganzen zutaten noch nicht ne ja wir sind aber auch 20.000 ich glaube wir graden dafür auch nochmal unsere Waffe ab weil wir können ja eh alles nur einmal upgraden durch das aber ich verstanden habe äh verzaubern so das ding hätte ich gerne eine 16.000 aber es macht halt super viel mehr damage ne das machen wir also lange wir das geld haben dafür können wir das noch machen guck mal der slime ist auch anders geworden der da in der ecke war so wir haben ja eben einmal stadt ne wir könnten hallo spiel hängt äh ok ne 5000 haben wir nicht ja gut ab in den dungeon nochmal rein ne drinnen rein rein da gut ich habe natürlich jetzt da meine extra heilung nicht dabei aber egal wir gehen das mal den nächsten dann schon guckt da mal rein bin gespannt bin sehr sehr gespannt vor allem da können wir richtig viel geld rausholen auf den dungeon ne das freut mich am meisten das freut mich am meisten nach laden laden weiter tun der dschungel ganzen leute da gehen wir rein stecken klatschen ok ok ich hab' mal den brunnen gefunden den wunschbund so wie ich ihn nenne aber aber ich will erstmal nicht direkt getroffen werden oh Leute haben mich getroffen wo ich durchgerollt bin ok die blöse ne einfach alles mitnehmen weil noch wissen wir ja nicht wie teuer die ganze shit hier ist ne wir brauchen auch nur 2hits für die Viecher ne das ist halt super nice halt echt super nice noch ein kleiner spoiler weil ich weiß das auch schon äh diese komischen Dach die wir gerade gedroppt haben ich zeige euch die gleich alter ach diese brauchen für die anderen heiltränke die beiden brauchen für bessere heiltränke oder geht hier eben nur weiter sehr schön sehr schön aber ich will noch nicht weiter mich hier noch umgucken zack ich will diese komischen pflanzen wieder haben ok ich weiß auch nicht wie viele blätter wert sind aber ich will diese andere pflanzen wieder haben die mir diese früchte droppen die 500 stück wert sind weiter das halt super nice man alles mitnehmen zack müssen wir hier oh da sind die früchte ich weiß halt nur nicht was jetzt hier sozusagen diese gefäße sind wo ich vielleicht extra loot nochmal raus bekomme dass die büsche wir vielleicht sind seht hier auch der heilbrünen länder 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 niceích ganz schön viel aus mann gebrägt den pfz alle doch noch mega viele pfz ok kommen dieser für den nächsten dann ich mache gar kein damage also wirklich nur aber ich will nicht dass er mich weg rammt weil es tut richtig weh ich hab nur getestet ob da ein geheimgang ist alles gut leute ok leute hat nichts gedroppt dafür so ein pisser da haben wir also richtig fett gekriegt leider was zum das schon recht viele von wieder verbraucht na egal was fahren muss die im ersten wenn wir wissen nicht wie toll ganz scheiße ist er kann auch das weg das wissen wir auch was das wert ist alter wie schnell sind wir voll meine müde der gut wenn die erste ebene auch schon ziemlich weit durch aber da haben wir das glitzern sehr schön ich habe es gesehen und die dinge habe ich gar nicht gesehen sehr schön war ein gesicht und es können noch mal mehr mitnehmen alter super geil sagt kann man man kann ja so viel rein packen der kann der inventar vielleicht irgendwie auch noch mal vergrößern das wäre gut zu wissen zack wobei vielleicht bringt ja auch viel geld aber wie das andere da weiß ich auf jeden fall dass es viel bringt wir haben wieder was neues zu entdecken muster ganz richtig dieser dungeon scheint innen zu scheint ihnen zu folgen bestimmte muster man mag denken sie seien zufällig aufgebaut vielleicht sogar vollkommen chaotisch aber nein nein ganz im gegenteil in einem steckt in ihnen steckt logik und wiederholungen wie eine art göttliche anleitung eine vorlage für jede neue anordnung des dungeons soweit ich weiß gibt es beispielsweise drei ebenen in jedem dungeon aber weißt du dass es auf jeder ebene einen heiligen eine heilige quelle gibt und dass sie stets auf dem weg zur nächsten ebene erscheint dort platziert um zu heilen und außerdem und außerdem den weg zu weisen einen dungeon wollen diesen dann diese dungeons wollen regelrecht geplündert werden okay ja stimmt also klar die quelle gibt es in jedem ding aber stimmt also die ist halt immer so auf dem weg zum boss da wollte ich gar nicht rein da wurde ich nicht rein wo muss man auch hin noch einmal nach rechts und dann einmal runter das stimmt ich denke mal das ist halt nur sechs abschnitte aber ich denke halt da mal sagt das aber da ist es das nicht immer aber 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 vielleicht ich gift sagt gibt mir früchte wie sie hat muft keine früchte schade schade die 500er früchte sind schon ziemlich sick schon lange auch wieder was ne es ist uns noch nicht gelungen denjenigen zu fassen der vor jahren unserer expedition zunichte gemacht hat mittlerweile verschwinden tag für tag gewisse teile unseres forschungsmaterialien der geist kommt und nö weil die ging es nicht weiter oder nö aber ja dieser teich war wieder da wo er uns hat gezeigt dass wir hier weiter müssen nö naja ab in die nächste ebene oh zack jawohl alter gleich die zweite ebene nicht schlecht gibt halt dann zu 2 halt aua au au ich bin aber auch richtig der auf die fresse hier ne wir tun echt weh an die nach sonnenschein zack zack jetzt erstellen ist uncool da will ich nicht okay geht es weiter hier geht es weiter zur nächsten ebene ich bin dämlich ich bin super dämlich so super dämlich alter aber egal wir haben sehr viel gesaved heute nicht noch mal egal dann sagen wir eben gerade einmal unseren tag voll und dann gehen wir wieder zurück zu unserer hut also breakdance pilz wieder 500.000 sporen hat ich wollte mal den bogen aber nicht benutzen 80 damage schalter das ding ist insane lol da kam was raus diese büsche sind das lol lol ok die büsche sind die wasen quasi alles mitnehmen ja normal macht er jetzt 40 damage heute auch klar habe ich auch so erwartet klar ja easy machen wir hier so bam weg mit dir easy going ich wollte nur testen ob hier geheimgang runter und so genau besser ausrede wenn darunter fällt so ihr dürft auch gerne sagen wenn ihr irgendwo gesehen habt dass es glitzert und ich verkackt habe ich zwar verpeilt habe das zu looten soll das nicht gesehen habe dürfte gerne sagen dass ich doof bin ich kann einfach keinen alten knoll im holz oder eisenkisten finden vermutlich muss ich gold kisten finden die gibt es aber nur im kann man voller artefakten ok was habe ich hier denn alter trainingsschuhe mit dessen die maus einmal extra leben das heißt easy warum liegt die looten drum leiter das ist cool irgendwie ok man kriegt also ich bin da auf jeden fall viel zu blöd für das ding weil ich so auf die fresse aber wir werden die behalten und dann irgendwie mal upgraden und uns die mal angucken dann alle mitnehmen ich weiß nicht ob ich einen extra dann schon will weil ich echt schon viel leben verloren habe ok wir können auch ein nevermind nevermind ich meine ich habe zur not ja auch noch heilung leute er macht sogar attacken das verrückt aber auch diesen recht einfach also dieses teils wird einfach weil der ja äh wattende fuck easy weg mit dir die sie nein blut okay geht sogar weiter er ist echt nicht einfach der dungel und wieder echt noch bewusst um früher oder mehr skill eins von beiden auf jeden fall was genau weiß ich noch nicht rein hier war die art party ich mache mir eine schnee d party hard party hard ich sage auch bd oder so also ich habe mir den bogen hier wollte ich gar nicht dabei bleiben wir gerade erst mal im nahkampf wollte ich im nahkampf bleiben hat sie geglitzert und da ist die wieder wie sie alter noch mehr das sind 500 jeweils so geil ich habe gar nicht drauf gehalten ob das maximum war was ich nicht heilen konnte wenn er quasi direkt drauf gesprintet wunderbar die kann ich nicht mitnehmen ja ich weiß ja auch nicht weil ich wegschmeißen kann dafür wie die eben aus eigentlich geklärt das heißt wir gehen einfach mal zurück weil wir haben echt viel dabei was kostet uns das beck in 800 ja gut 800 ist ja echt nicht viel weil wir brauchen aber nur zweimal diese komischen früchte da und fertig und fertig ist die kiste das hat echt nicht viel klar hört sich viel an aber es ist eigentlich gar nicht viel hoch so zack so die sache ist halt nur ich weiß nicht was wir alles brauchen äh für den schmied und so deswegen gucken wir eben einmal kurz beim schmied ob jetzt sachen haben die wir kennen die wir brauchen wenn ich wieder hier was machen kann und jetzt können wir weiterentwickeln hier das könnten wir okay das komische teilzeug das nicht auf jeden Fall knollen und blätter knollen und blätter für die rüstung an sich komische holz klein blätter okay ich weiß glaube ich nicht mal noch wenn ich die sachen immer wieder neu fahren das heißt wir packen erst mal alles so weiter rein so und jetzt machen wir das ganz das brauchen wir für die rüstung dann brauchen wir das und das und das quasi war das auch so gefühlt alles das brauchen wir auch noch später genau wie das und das war es glaube ich soweit das muss auch noch verkaufen das bedeutet erstmal den hier was mache ich okay ich bin super dämlich das ding kommt ja auch rüber zack so viel stoff brauchen wir nicht werden dass wir verkaufen weil ich mache das jetzt so dass wir hier das sammeln darunter diese anderen dinge sammeln und ich nehme jetzt hier jeweils auch den einen einer stack raus genau wie das hier so weil das ist ja das alte ab material sag ich mal dass wir notfalls aber wieder neu fahren ganz ehrlich da will ich glaube ich erstmal behalten weil da bin ich mir echt 0 sicher so das auch so ja die brauchen wir auch noch welche von das weiß ich was bedeutet dass das dass das und das kommt hier rein und das so und da wir das wieder ich sag mal in anführungsstrichen schöner machen das ist also gerade irgendwie kürbit aber egal das können wir alles heute verkaufen das auch da ist halt nur die sache da müssen wir gucken wie ich bin zu doof da muss halt nur gucken wie toll die sind die wo ich auch noch weil die wollte ich auch noch rein packen in die eine kiste das kommt hier noch eben mit rein so sag noch zweimal dann haben wir das hier auch das ist ja für heiltränke deswegen hier machen wir was rein was vielleicht ich sag mal noch nichts dazu sondern wir packen das hier einfach rein einfach nur weil ich weiß dass wir es noch brauchen so das eben einmal weg dann nehmen wir das mit weil das weiß ich auch dass wir das nochmal brauchen so dann kann man gleich richtig fett erstmal einen laden aufmachen so lange haben wir den spiegel lol ok da ist zusammen öffne dich würde ich sagen wir haben nur ordentlich was liegen unser inventar ist komplett voll da müssen wir natürlich gucken wie teuer die sachen sind und ja hey let's go naja kauft den schritt macht den schritt leer so ja ja so dann wir passieren doch erstmal das wo wir wirklich preise von wissen dass wir erstmal ein bisschen platz kriegen im inventar und alles kontakt sie wollen kaufen gar kein problem koppeln sehen kann wenn wir alle von dem wollen ja ja wir haben dann ein gebote jeder kann haben in der angebote ja ja alles nervt hier ist alles kunstig außer für euch kunden oder das eigentlich überteuert aber ist egal das weiß keiner so hier kommen die tausend dann ist erst mal noch wirklich wenig jetzt in antwortstrichen ne so gib mir ja die kann ja nicht echt wegschmeißen die ranken eigentlich ne vom holz zu einer süße das zeug ne das droppt er eigentlich relativ oft ne dann sagen wir einfach mal hier von 200 oder so ich weiß es nicht das nächste gebiet diese sachen hat eben ist alter junge die war so traurig und klaut er einfach okay dann gibt es ab jetzt ladendiebe wunderbar dann packen wir davon auch mal einen rein für 200 einfach mal gucken denn noch kommen ja eh alles was ich so an sich kenne naja können sie alles kaufen wir haben offen wir verkaufen alles was sie wollen in einer Zeitung in der hand gefallen wir leute mit zeitung in der hand nicht wobei der kleine jungen hatte keine Zeitung in der hand so halt stoppt das muss weg das da muss weg das sind die oder dieses symbol über dem kopf magma kehren 200 äh dieser boss kristall da muss halt echt viel wert sein ich starte immer mit 2000 bis ich junge mal die fällig nicht das ding klar was ich da gerade hingestellt hat man unser wissen wie teuer ist 200 staat jetzt habe ich null aufgepasst was hat dieses blum okay das ding ist zu teuer okay oh lol du hast ein schnäppchen wir wollen so ein schnäppchen halt das hier war zu teuer ne genau gehen wir mal auf 100 äh da hat ein schnäppchen für 200 okay das war okay für 2000 ja not bad ne kann ja weiterhin anbieten sagt aber das machen auf jeden fall teurer alter und vielleicht nicht beide wenn man preis herausfinden 500 das auch weg verwarte da wissen auch den preis nicht was bist du denn modifizierte samen das sind samen die können eigentlich gar nicht so teuer sein oder modifiziert das heißt modifiziert mal zwei so dünger 500 wenn die anderen auch schon wüssten irgendwas platte 1000 hoch ansetzen mal runter gehen kann man immer so gut da weiß ich eh dass sie so viel wert sind das ok ok das ist zu teuer noch 500 ist dann also zu teuer dann gehen wir mal auf 350 Leute da unten haben ein schnäppchen gemacht mit den düngern wie toll war der dünger ich hab's vergessen ja guck mal ja wie toll war der dünger 500 war ein schnäppchen ja dann würde ich sagen 1000 das ist eh Müll das kann weg für 200 zu teuer das liegt aber auch noch ne genau für 100 Alter das hat echt viel geld gegeben ne 27.000 alter what the fuck so mit 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 so ja warte ich wollte genau das wollte ich eigentlich hier das hier weg von den dingen habe ich keine genau ist das kann auch das ja auch die nicht ok dann müssen wir wieder laden öffnen wir haben recht so viel stuff gerade flüssige face da habe ich auch nicht viel gedroppt ne 1000 gehen wir davon aus dass ich wenn ich die sache nicht oft droppe dass die vielleicht wirklich wertvoll sind hatten wir davon schon mal einen preis die liegen gerade auch nicht mehr genau äh 200 die anderen sind auch für 200 drin ne genau ähm was haben wir denn noch hier so das kann auch weg da wissen wir auch den preis aber das ist halt echt lächerlich ne wie wenig das wert ist so dann nehmen wir das mit die packe ich mal eben gerade hier unten hin die sachen weil die eigentlich eher nervig sind weil ich kann die eigentlich mitnehmen und hier reinpacken so so wie viel schlau wenn ich einfach mehr mitnehmen würde also irgendwas da oben noch reinpacken würde dass ich die sachen mit kriegt so zum beispiel das war blöd das war auch blöd zack zack und wenn alles mitnehmen so zack von dem wesen dahin wunderbar ja alles mitnehmen eine runde schlafen und dann noch mal die laden öffnen und dann im tag hat immer noch poppe voll jetzt als halt aber es ist halt super nice man wenn wir schon 30 kam wieder eine ja gut das ist natürlich alles wesentlich teurer alles auch ne darf man ja nicht unterschätzen da schon die weile verpiss sich direkt fischig junge glaube ich die sachen wo ich die im preis noch nicht weiß muss ich merken was es dann war warte ich glaube ich habe platz okay ja junge was willst du es war für die samen die dünger 1000 leider nicht mein dünger bro alles nur nicht mein dünger alter ich weiß noch nicht wie teuer der ist aber 500 waren schnapper dafür deswegen die waren noch 200 oder 1 200 waren schnäppchen eine wahl stopp ich kann ja nicht für 200 anbieten leute 500 easy 500 für samen was geht denn ab das ist ein magischer samen ne ok das unten ist zu teuer die anderen samen da das ist immer noch ein schnäppchen alter voller ja hat auch hier die dinger so günstig zu kaufen man 1000 2000 ok der ist damit zufrieden mit der kugel oh warte 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 halt stopp die roten samen weiß ich noch nicht wie teuer die sind oder ja 200 war doch nicht zu teuer jetzt will er die wieder für 200 verkaufen ne warte da war doch zu teuer wir müssen einfach ein bisschen runter gehen äh hi bro was geht ab äh das ist noch nicht ok ich bin irgendwie maßlos voll mit der ganzen geschichte hier 2000 für die samen das ist doch zu teuer oder ja ich wollte schon sagen der unten hat schon wieder schnäppchen gemacht 1000 aber 1000 nicht ein schnäppchen ne mei die komische dingster bumster kaufen da ist auch ein schnäppchen gewesen oh mein gott Alles weg hier. Ich muss gleich auffüllen, Leute. Ich muss gleich auffüllen. Wartet. Äh, wissen wir, wie teuer das war? Ne. Äh. 200. Da haben wir immer noch keinen genauen Preis, ne? Äh. Aber das war auf jeden Fall zu viel, ne? Okay, dann gehen wir auf 100. 500 war ein Schnapper dafür. Dünger auf... Äh, 1000. Okay, da wäre irgendwas zu teuer. Okay, das weiß ich. Das kann weg. Das war auch, glaube ich, in Ordnung für 200, ne? Ne, das war für 200. Ein Schnäppchen. Äh, 350. Das war zu teuer, ich habe aber verpasst was. Okay, dünn wir uns so, dass es alles fein. Auch diese komischen Blätter ist alles fein. Jetzt wollen wir noch was für die Blätter, nice. Oh, weg. Weg. Ich glaube, das hier war zu teuer, ne? Gut, ich glaube, das ist halt auch super oft, ne? Warte. Ich drücke mal die falsche Taste, ne? 100 war zu teuer, okay. Dann gehen wir hier auch einfach mal auf 50 runter. So, das weg, das weg. Giftsporen, die kenne ich auch noch nicht, ne? Okay. Fangen wir erstmal als 500 an. Wollen wir auch nicht. Meine, wie gesagt, darunter können wir immer. Äh, brennender Staub. Ah, 1000. Das ist mir, glaube ich, vom nächsten Dungeon schon, ne? 1000. Einfach nur testen, so. Ich glaube, das war schon vom nächsten Dungeon, in diesem Testgebiet immer. Ah ja, ihr freut euch. Oh, das ist so teuer. Okay, schade. Zack. Zack. Okay, die da unten sind auch zu teuer. Äh, erstmal den Staub günstiger machen. Zack. Günstiger machen, erstmal den richtigen Tausend erhöhen. 500. 500. Äh. Die waren in Ordnung für 100, oder? Ne, die waren zu teuer. Halt. Stopp. Ich muss das hier rausnehmen. Äh, das habe ich da schon was getestet. Ne. Äh. 500. Was war hier zu teuer? Ich habe es nicht gesehen. Shit. So, verkaufen wir alles hier. Zack. Der Staub war auch okay. Und das auch. So, was habe ich das verkauft? 500. Sage ich auch nicht nein zu. Und das hier waren 500. Okay. Das hier habe ich noch gar nicht wirklich. Das kenne ich. Äh. Nee, warte, die waren, äh, die waren doof, ne? Habe ich aufgepasst. Du wolltest da oben diese Pilze, wolltest du nicht für 500 haben. Okay. 300. Okay, er hat diese Blätter gekauft. Dann weiß ich jetzt auch, was die wert sind. Okay, was sind diese Blätter wert? 50. Ist jetzt nicht so die Welt, ne? Warum lege ich das denn nicht hin, um zu testen, wie die Preise sind? What the fuck? Er ist ja noch gar nicht getestet, ne? 500. Da wir das auch so oft haben, wie das auch nicht so viel wert sein. Machen wir das hier eben mal 300. Äh. Und hier packen wir das rein für 200. So. Oh, nee, es wird schon wieder Abend, ne? 300, ist das okay dafür? Nee. 200, mein erstes Angebot. Ne, mit oder stehe ich ab. So. Ich glaube, die Spuren hier unten waren auch zu teuer, ne? Ja. Egal, das ist nochmal so. Ich will gleich schon wieder schlafen. Ich will nochmal, ich will, ich muss halt wissen, wie teuer die Sachen von den Dungeons sind. Weil sonst habe ich halt ein Problem und weiß nicht, was ich mitnehmen kann. Das ist halt mein großes Problem. Natürlich weiß, was ich da lassen kann, was ich da vor Ort verkaufen kann und so weiter. Das muss ich da, muss ich halt jetzt alles testen, so. Sonst ist kacke. Okay, aber sonst haben wir dafür nichts mit, soweit, ne? So, dann gehen wir eben kurz raus. Gucken hier noch eben mal. Stadt. 20.000, können wir eigentlich holen, ne? Ja, komm. Was soll der geil, holen wir uns das Ding? Fahrende Händler-Typ da. Wunderbar. Gucken wir gleich mal vorbei, würde ich sagen. Hi. Was soll der Meinung mit der Nauke? Nein, der Händler-Kollega. Du musst wie viel, wenn ich mich nicht alles täuschen tut, ja? Danke, dass sie mir geholfen hat, meinen Stand in Rinoca zu öffnen, ja? Nenn mich Elena. Meine Handel, meine Handgefertigten Dekoration erinnern die Leute daran, wie kunterbunt und lebendig das Leben sein kann, wenn du Dekoration für deinen Laden suchst. Schau bei Wunder-Krämer vorbei. Erhöht die Wartezeit bei Besuchern in der Warteschlange? Erhöht die maximale Anzahl der Besucher im Shop? Verlängert die Öffnungszeiten des Shops. Jeder Besucher legt eine Zahlung, eine großzügige Frinkgeld. Oh, das hört sich nice an. Haben wir hier noch? Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher. Erhöht die maximale Anzahl der Besucher des Shops. Und jeder Besucher legt eine Zahlung in großes Trinkgeld. Nice. Verzögert den Liefertermin von Shop-Anfragen. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Und verlängert die Öffnungszeiten des Shops. Ich glaube, ich würde das hier gerne haben wollen. Fahre ich halt nur, wo kommt das hin? Maximale... Jeder Besucher... Ich weiß nicht, im Endeffekt wäre es glaube ich schlau, wenn ihr eh alles einmal kauft. Komm, wir haben eh gerade das Geld über, warum nicht? Wir holen uns einfach mal alles und dann sehen wir auch, wo wir es hinpacken und sowas. So, dann haben wir ja erstmal alles. Nevermind, so. Und dann können wir eh entscheiden, was wir haben wollen. Komm, da oben ist aber noch ein lila Reiter, ne? Der kommt wahrscheinlich erst später. Das Geld liegt nicht auf der Straße. Okay, wir haben kein Geld mehr. Ja, Nevermind. Ha! War vielleicht ein bisschen viel, ne? Alles für 2000, sehr gut. Da waren ja ordentlich Sachen. Egal, wir haben ja noch mehr, also recht viel in unserem Shop. So, wo können wir das jetzt hin machen, hier? Da! Äh, jeder Besucher legt... Zahlung, große, gespende. Das hört sich doch schon mal nice, oder? Haben wir noch irgendwo sowas aufhängen können? Hier so? Genau. Genau das hab ich mir gedacht, ne? Da ist ein lustiges Trinkgeld dabei. Puh. Da würde sich das doch eher belohnen, weil da gibt's mehr. Ja. Kann ich hier noch was von hinten hinlegen, ne? Mehr Trinkgeld ist echt ziemlich nice. Äh, hätte ich mal eine Anzahl der Besucher des Shops? Ja, da brauche ich nicht zwangsweise, ne? Ja, dann, äh, würde ich sagen, wir öffnen wir einfach nochmal. Hey, hol's go, komm so rein. Und gibt mir ganz viel Trinkgeld. So, ich muss jetzt gucken. 200, ist das okay dafür? Das ist ein Schnapper. Ich hab davon voll viele, Mann. 500, bitch. Alter, das ist ein Schnäppchen. Mit 280. Alter, wie viel krieg ich da bitte erst, wenn die Dinger wirklich so viel mehr sind. Warte, 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 warte. Ah, ich hab die Dinger, ich hab mir aber davon ausgelegt, wollte ich schon sagen. Shit. 500, ist das okay? Halt. Stop, 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 stop. 500 sind für die Dinger okay. Das heißt, yo, bro. Das Ding wird auch für 500, zackt. Und jetzt krieg ich... 700. Ihr könnt für einen so schatzingen, 700. Gibt mir das, gibt mir das wieder, das ist 700 wert. Bist du denn vollkommen behindert, Alter? Hallo, ich kann auch von dir verkaufen, das ist ja lustig. Zack. Ihr seht Money, Mann. 700 für den Shit, Mann. 700. Alter. Oh, da war zu teuer, ne? Die Pilze sind wahrscheinlich immer noch zu teuer, ne? Okay. Dann machen wir die mal für 100 rein. Okay, die Dinger sind auch zu teuer. Hauen wir mal für 100 einfach rein. Hauen wir das noch eben mit rein. Du bist doch ein Dieb, oder? Jawohl. Nein, nicht... Alter, das ist mega für Kohle, was du da gerade rausschleppst, Alter. Bist du denn vollkommen... Okay, das war nur der 4er-Stack. Oh, bitte kauf einer den, ja, ja, kauf den. 5000. Oder kriegst du einen Trinkgeld, Alter? 5000 kostet das Ding. Plus Trinkgeld, wie weit bin ich dann? 7000, Alter. Das ist so fett. Und ich dropp die ja relativ oft, ne? Okay, die Pilze sind in Ordnung. Okay. Für den Preis sind die Pilze in Ordnung. Ah, warte, ich muss erwarten, bis es aktualisiert ist. Okay, ihr kauft das alles. Die Pilze sind in Ordnung für den Preis. Das heißt, 200 war das, ne? Ne, 200 war zu viel. Äh, 100 war das, glaube ich, in Ordnung, ne? Was haben wir da? Da haben wir 100, auch. Das sind halt auch 1000, einfach so, ne? Ja, tschüss. Kass ihr euch schon ab? Ja, alles gut, Mann. Und nochmal, nochmal was. Packen wir das und das hier nochmal hin. Ich muss halt wissen, wie toll diese Sporen da unten sind, ne? Die müssen halt noch Leute kaufen. Ja, schöne Ladentiebe, Alter. Pissig. Hahaha. Nein, ich muss auch wissen, wie teuer die sind. Das habe ich vergessen, was ich da reingepackt hatte. Ronder war viel zu teuer, ne? Ja. 100, fertig. So. Ich weiß, ich kann das auch von vorne verkaufen. Aber ich finde, das ist schöner, wenn ich so von hinten verkaufe, weil es eine schöne Atmosphäre hat. Aber die Klappe nervt mich. Ich muss auch vor der Kasse stehen. Ich freue mich gut. Neu-Jahr, kaufe ich diese Dinger, Alter. Das ist so, oh, diese Wasserdinger, ne? So viel Money kommt bei bei rum, Alter. Kaufen wir mal einer dieser Sporendinger da. Trinkgeld ist halt so nice, ne? Trinkgeld, beste der Welt. Warum geben die denn so viel Trinkgeld, ne? Sind die vollkommen doof? Ja, ja, kannst du kaufen den Stock. Kannst du auch kaufen, kein Problem. Ähm, dann habe ich noch meinen Sporen da. Aber so wie es aussieht, machen wir den Laden gleich dicht. Weil klar, ob ich kein neuer reinkommt. Ja. Lebenssaft 11.000 alleine, Alter. Das ist so geil. Ja gut, das weiß ich halt, wie gesagt, nicht wie toll die sind. Das heißt, äh, das packen wir mal eben weg hier. Die Kiste wollte ich ja leer haben. Die Kiste ist halt auch voll als voll. Und auch super unordentlich dadurch jetzt. Aber egal. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Park mal wieder dann in, die, äh, in die Gruft, hätte ich mal gesagt, in den Dungeon. Und, äh, müssen wir wieder was sammeln. Wir haben 24.000, gucken, was wir da mit den Anstellen mit dem Geld. Aber wir gehen auf jeden Fall beim nächsten Mal in den Dungeon, holen wir das Staff, können wir halt kaufen. Und, äh, ja, das war's auf jeden Fall von heute, von, äh, Moonlighter. Das macht mir mega Spaß, das Spiel, ich bin süchtig nach dem Spiel, das macht so Bock. Und, ähm, ja, falls euch der Partik gefallen hat, würde ich mir natürlich mal in der Wertung und über den Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, euer kleiner Tom, tschau tschau und bye bye.